Willkommen zu einer Runde 4Arena Das ist jetzt das letzte was ich im Voraus aufnehmen werde Deswegen bin ich eigentlich mal ganz motiviert Ich habe ja schon so eine Upfuck SG-Runde aufgenommen Da habt ihr wirklich mal gesehen wie es ist wenn andere Menschen einen töten Und man gewinnt halt einfach nicht Und es will einfach nicht Jetzt spielen wir mal 4Arena Ich hoffe hier gibt es keine Hacker Wenn es Hacker geben sollte oder Teamer dann Wird das wohl leider nichts mit 4Arena Ich schreib mal Knopf Bitte drücken Ah schon jemand anderes aber Kopf Kopf Ah ok Ähm ja wir fangen dann mit ganz normalen Equip an Und holen den aus seiner Base raus So Hey Hey du Willst du wirklich gegen den kämpfen Das ist jetzt wirklich dein Ernst Ok jetzt haben wir schön abgestaubt Und nochmal getötet Ok Zwei Menschen haben wir ja schon mal vernichtet Jetzt müssen wir natürlich noch den letzten finden Ähm Ich hörts Ich rack jetzt auch erstmal nicht Ok Das ist wahrscheinlich nicht so schlecht Ok Es war knapp Abstauber DG Ähm das war auf jeden Fall schon mal eine knappe Runde Ähm Komm wir nehmen mal Eisenschwert plus diese Rüstung hier So Eine wirklich Mitte gute Rüstung Die eigentlich Ok ist Ähm So Hier ist wieder jemand reingejoint So Ja Abstauber Oh ich hab alle getötet oder? Ja ich hab wirklich alle getötet Ich bin schon gut ne Nein Spaß ich bin nicht gut aber Ähm Die erste Runde ging auf jeden Fall deutlich an uns Wo ist der hier? Das liegt doch hier oben irgendwo Oder nicht? Ist der hier durch den Brunnen Geflüchtet? Alter Das sind schon wieder übelst die Hacker Ich verpiss mich hier schnell Aha Ich weiß nicht Ob das immer Hacks sind Ähm Ähm Vielleicht war ich auch einfach nur schlecht Ich weiß nicht Wir müssen mir nochmal eine gute Rüstung Aber GG Nee Hm Ja ja klar Wah Egal Noch können wir ja noch ist alles offen aber Ich weiß nicht ähm Ich hab oft das Gefühl dass hier welche Hecken Ja man muss doch in dem Spielmodus abstauben Du Vollhoster Also Also ohne Witz Denkst du jetzt du könntest dich hier vercampen oder was? Ja jetzt Das nennt man Abstauben Das Das Abstaubtuch Da sind die Abstauber Das ist nicht nett Kommst du hier raus? Kommst du hoch? Geht hoch oder? Machen wir mal sneaky Hm Hm Bis jetzt ist ja nur einer tot Ähm Nein Bitte nicht Bitte töte mich nicht Nein Okay Aber ich glaub das ist ein Hacker Oder eine Hackerin Nein du stirbst Nein 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 Jetzt kommt der andere von oben Staub sie bitte ab Danke Okay Jetzt haben wir den Der hat wieder Glück Okay nein Den haben wir bekommen GG Das wär echt knapp Jetzt machen wir auch mal so ne Verschleißrunde So Ähm Wir führen gerade Eigentlich Also Ein gutes Equip behalte ich mir auch mal bis zum Ende Ähm Wir machen das jetzt wie dieser X an die X Ähm Erstmal ein bisschen Schlechte Sachen mitnehmen Und dann Abstauben ne Das ist auf jeden Fall gut Was ist denn jetzt nur um den Knopf zu drücken Drück doch jetzt den Knopf alter Drück den Knopf Ist das so schwer Nehm die Hand Mach rechtsklick Knopf Hacker Das wird wohl nichts mehr Ähm So ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen zurück halten So Ich würde jetzt am liebsten gerne auf die Gegner gehen Aber das wird nichts Sonst verrück ich Da kann man abstauben Okay Wird ich denn da wirklich abstauben Hey Ne 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 Oh Zocke hat geläfft Das ist schonmal schön Ein Gegner weniger Ich werde verfolgt Nicht so gut Hm Verfolgt mich Ihr verfolgt mich Aber wir können ihn locker töten eigentlich Ja Ja okay Du hast gewonnen Dankeschön Der staubst sogar mit gutem Equip Alter Egal Nehmen wir nochmal ein Steinschwert Nein nehmen wir mal Eisenschwert Plus Ähm So Das Equip Sollte passen Schreibe ich schonmal Knopf Weil ich glaub Nein Okay Es wird was Jetzt ziehen wir es an Es greift mir wieder an So Okay Okay Die sollten wir eigentlich bekommen Haben wir auch Okay Paul 2413 ist schonmal tot Jetzt können wir bloß noch den Abstauber töten Abstauber Wo bist du? Na hier Abstauber Ich werde dir jetzt gar nicht so schlecht eigentlich Aber staub trotzdem nur ab Okay Schon nicht so gut Aber passt Ähm Komm ich geh jetzt auf volles Risiko Diashwert Ähm Nehmen wir mal so ne Rüstung mit So Ich bin bereit Für mein Ziel Die Runde müssen wir gewinnen Und die nach Danach auch Ansonsten habe ich eine ganz schöne Scheißrunde gemacht Ihr seht mich nicht Nein Drückt den Knopf Drückt das Knöpfchen Okay Wir müssten eigentlich ganz gut equipped sein Wir können hier mal ein Screenshot draus machen So Schön For Arena Screen Komm Warum drückt ihr das nicht auf den Knopf halt So Gehen wir jetzt wieder zuerst auf Die da Wir haben jetzt eigentlich eine relativ dicke Rüstung Das ist zwar nicht die beste die man haben kann Die werde ich aber nicht mehr erreichen können Aber schon ne ganz gute Komm aus deiner Höhle raus Ich weiß dass wir da unten müssen Okay den ersten haben wir schon mal Ähm Jetzt brauchen wir wieder den Abstauber ne Der Abstauber Wo ist der Abstauber Wo bist du Hm Das lag grad bei mir ein bisschen Ich hab leichte Einbrüche aber Passt Ah da hinten hat ein Bogen Ah ich hab nie Bogen mitgenommen oder? Erstmal Bogen und Feuerzeug mitnehmen sollen So Das ist unser größter Gegner eigentlich Den müssen wir bekommen Und den haben Dann haben wir gewonnen Ja Fall ruhig runter Kein Problem Ja das war gut gemacht Aber wenn er jetzt nicht angreift bringt ihm das halt nichts Dann warte ich jetzt erstmal hier ein bisschen kurz Ja Ja du triffst mich jetzt nochmal Okay jetzt renne ich erstmal weg Er hat seine Waffen gut eingesetzt muss man sagen Aber Nichtsdestotrotz können wir noch gewinnen Okay Ich weiß nicht ob er angreifen möchte Oder eher nicht Hä wie hat er uns einfach Insta getroffen Okay chillen wir erstmal kurz Renn weg So erstmal wegrennen Hm Drei Herzen fehlen uns zu früh live Okay jetzt greif ich an Jetzt Bin ich bereit für mein Ziel Werde dich vernichten Ich wusste dass du Feuer legst Aber Leg auf Feuer Mach Da hast du dich selbst angezündet Genau das würde ich provozieren Dass du dich einfach selbst anzündest Feuerzeug ist halt OP Ja zünde ich bitte nochmal selber an Boah jetzt rennt er weg Er dreht sich gleich um mit dem Bogen könnte ich wetten Nix Feuerzeug halt Nein 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 Ja hast du gut gemacht Ich glaube er tötet sich gerne selber Muss ein Hobby von ihm sein Okay jetzt Du hast dich nochmal selbst angezündet Okay Digi Ähm Jetzt geben wir volles Risiko in der letzten Runde Das nehme ich wirklich alles mit was geht So Volles Risiko Das ist das hier langweilig Naja So Feuerzeug Ich mache erst Feuerzeug Dann Bogen Und dann gewinnen wir schon So ich muss den Knopf drücken Ähm Ich glaube ich habe noch nie 4 Arena gewonnen sogar Das wäre mein erstes Mal dass ich das gewinne So ich geh jetzt mal eine andere Route damit rechnen die vielleicht nicht Sonst geht er direkt abstorben Das möchte ich verhindern eigentlich Weiß er was ich hier bin Ist der Abstauber Okay er bewegt sich Ja scheiße 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 Okay volle Risiko runter war schon mal scheiße Verdammt Jetzt haben wir ein Problem Jetzt haben wir ein ernsthaftes Problem Ah verdammt Das wäre jetzt für ein Vorteil wenn Paul 24-13 gewinnt Ist sogar wahrscheinlich Aber dieser Andi Der ist halt nicht schlecht eigentlich Aber eigentlich ist er nur ein Abstauber So gesehen Weil er staubt den jetzt auch wieder ab Den ich gerade gedamaged habe Ich hoffe aber Paul 24-13 gewinnt Jetzt wird das Ein bisschen eine Kacke Hm er hat getroffen Aber warum macht man sowas alter Warum staubt man immer am Also eigentlich ist das ein richtiger Noob Weil er ist nur am Abstauben Oh ja ja Töte Töte ihn Töte ihn Ja GG Das war gut Ähm So Ja Punkt 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 ne Schon scheiße wenn man verliert So Diese Runde müssen wir jetzt aber gewinnen Sonst Was Was sind Was ist das Was ist das Was ist das Also den Paul gönne ich dass das Er mal gewonnen hat Ach man wir bräuchten jetzt die dicke Rüstung Jetzt das wärs drück knopf bitte dank mein kleines problem dieses problem läuft nach da zwar ich hoffe die bekriegen sich ich habe mich gesehen muss das sein wieso müsst ihr mal auf mich gehen alter ich führe doch nur ich werde ich verkacke das noch alter auf den anderen die auf den verdammten abstauber ok ja guter abstauber es staubt er schon wieder ab er macht immer dieselbe taktik nicht auf mich du kannst gerne schießen aber ist halt auch treffen weil jetzt bin ich umzingelt von denen ja genau schießt einfach beide auf mich danke macht einfach geht einfach beide auf mich ist kein problem nein so auf dem torm chillt er jetzt so jetzt verkämpfen wir uns erstmal ein bisschen ich kann nicht sich ewig verkämpfen schießt halt auf mich kein problem ich werde der hat irgendwie minimap oder sowas ja man kann das nicht wissen dass ich hier bin und wird es erst richtig der scheiß gegner weil eigentlich ist das einfach nur ein abstauber und sonst nix ist jetzt wirklich da drin ja töte ihn doch jetzt ich muss mich ein bisschen zurückhalten weil ich meine rüstung ist echt für den arsch ok jetzt 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 greife ich an breit aber der hat deutlich bessere rüstung als ich also ich werde kaum was tun können ich kann nichts gegen den tun also die wahrscheinlichkeit dass ich gewinne ist gerade bei null aber wenn wir ihn immer einmal treffen dann regt er nicht das ist schon mal gut jetzt müssen wir auch nicht auf den anderen aufpassen warum rennt er weg ich verstehe es nicht jetzt hat er uns einmal getroffen warum trifft er uns und wo schießt er eigentlich man 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 der chillt da irgendwo aber ich sehe ihn nicht ist er wirklich dahinter hinter dem kleinen loch ja ist er wirklich und da habe ich gerade durchgetroffen durch dieses kleine loch alter man kann durch dieses kleine loch treffen ist ja krass ich warte lieber mal ab dieses deathmatch bis man in die mitte gehen kann wisst ihr das ist praktischer ich werde ihn jetzt nicht angreifen sondern ich werde es auf pussy taktik gewinnen versuchen zumindest komm raus komm raus komm ja wir müssen erstmal wegrennen wir müssen einfach nur wegrennen wenn wir wegrennen werden wir schon gewinnen ich sehe den namen ja geh in den tor ok gleich ist wer zuerst in der mitte ist hat gewonnen ja scheiße das hat er gut gemacht wenn er gewinnt ist auch noch nichts verloren aber wer zuerst in der mitte ist hat gewonnen ich werde bei paar sekunden in die mitte rennen und dann versuchen zu gewinnen geh weg ok jetzt Mitte 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 ok nein 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 ja ich habe gewonnen GG Okay, das war richtig Pussy mäßig gewonnen Aber Ich habe gewonnen, Alter Ich war überhaupt nicht in der Mitte eigentlich Aber ich hab's einfach geschafft Ich war näher Aber der war wirklich näher, also Versteh ich auch nicht Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen, ich muss das alles nur schnell schneiden und hochladen Und ja Ciao, bis zur nächsten Folge und tschüss